Musik Willkommen bei Gesichter der Weltkirche. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat die Türkei einmal als das heilige Land der Kirche bezeichnet. Und in der Tat ist das Gebiet der heutigen Türkei sehr eng mit dem christlichen Glauben verbunden. Denken wir nur an die Reisen des Völkerapostels Paulus oder an Antiochia, den Ort, wo die Jünger Jesu zum ersten Mal als Christian neu, als Christen bezeichnet worden sind. Es ist uns heute kaum noch bewusst, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts über ein Viertel der Bewohner der heutigen Türkei Christen waren. Izmir, das einstige Smyrna, die Bischofsstadt meines heutigen Gastes, hatte gar eine christliche Mehrheit. Heute zählt man Christen dort nur noch im Promillebereich. Über diese Aufgabe, Hirte einer kleinen Herde mit großer Geschichte zu sein, spreche ich jetzt mit dem Erzbischof von Izmir, Martin Kmetek. Herzlich Willkommen, Exzellenz. Vielen Dank. Herzlichen Willkommen, Your Excellency. Vielen Dank. Exzellenz, Sie wurden 1956 geboren und zwar im ehemaligen Jugoslawien, also noch unter Tito. Wie sind Sie aufgewachsen? Ich bin in eine Familie hineingeboren, die in der Landwirtschaft tätig war. Und meine Eltern waren sehr einfache Leute. Es war sehr schwierig in der Zeit des Kommunismus, weil wir nicht viel Land hatten. Aber es war genug, um ein normales Leben zu führen. Wir waren fünf Kinder. Ich habe zwei Schwestern und zwei Brüder. Das sind dann wieder München. Und? Und